Ja Leute, was geht? Es geht weiter im Let's Play, Avatar von Tears of Pandora. Ah ja. Ja, wir müssen eine Tierart finden, das machen wir aber, ich weiß nicht, ob wir es heute noch machen. Wir machen erstmal Uwes. Oh, was ist denn? Ja. Total majestätisch. Sie hält uns wohl für ziemlich stümperhaft. Sie hätte unsere alte Basis sehen sollen. Diesmal wird es anders. Es geht bergauf. Also bis bald, passt da draußen auf dich auf, ja? Ja. Genau, wir machen jetzt weiter. Wir machen jetzt, äh, äh, die Nebenquests. Ich glaube, wir haben noch mit ein paar Leuten zu reden. Genau, mit den beiden. Wir sind jetzt mal Stufe 18 geworden. Ich habe, ich fühle bereits neue Hoffnung bei den Kametire. Jetzt, wo Anofi zurück ist. Selbst ich habe hier eine Veränderung bemerkt. Eine neue Zeit des Sammelns und Teilens beginnt. Unsere Körbe füllen sich wieder. Als Freund der Kametire kannst du auch Gaben bringen. Teile ein wenig von dem, was du besitzt und empfange Güte und Gunst im gesamten Verhandlung. Ich bin in einen Wald. Warum hab ich da schon? Danke. Ja, ja, ja. Was willst du noch von mir? Wie steht es um Ovol? Ich suche noch. Hatten wir schon. Gut, ich suche noch. Ja, wo in dem wir angefangen. Du sitzt nicht. Ach, wo meine Puppen jetzt wohl sind. Ich bin nicht. weiter geschenkt dann hat ich dann den sich tut er einen schlönen puppen oder das top sind mir egal wissen wenig machen ich bin stark damit wir auf jeden fall wenn wir dann felsen vielleicht sogar schon 19 20 werden auf jeden fall noch das wird alles genau und jetzt haben wir den skill das ist noch feller geht mit dem ja ich habe auch irgendwie gar keine ahnung was ich immer zu gehen so weil irgendwie alles ist es gibt mich also dass die ganzen skills die sie gibt ihnen dass sie mir einmal so irgendwie weiß nicht weil bekommen gut durch wir haben kaum probleme was kann man jetzt gehen soll ja aber ich habe es irgendwie bei neueren spielen mit skillboard für das probleme ich weiß er wird deutlich davon ja ich nehme ich habe auch ein jahr ist in der punkt schluss für gewisse sind also eine anfallsblume in tier wo die liga auf die schnauze krieg das ist gut sein kollege das ist ich naja jetzt geht jetzt ja keine lust mehr wer mich da angreifen ich wollte nicht nachschießen ich wollte mich aber angreifen lassen sich nicht auf mich sitzen er hatte ich schon mit so schon mal gar nicht wohl schatten okay fahrmogen bist du fahrmog ich dachte hierher zu kommen würde mir mut machen aber es bringt nur unerwünschte erinnerungen seit die himmelsmenschen hier sind haben wir wohl alle solche erinnerungen ja genau wegen der himmelsmenschen mache ich mir sorgen mein bruder wohl seine frau hatte einen unfall ich war dort als sie starb aber ich habe es ihm nie gesagt ich bin so feige er sprach von der wiese wo sie sich kennengelernt haben den purpurroten wald die himmelsmenschen haben da eine basis ich fürchte er ist dort ich finde ihn vor ihnen das würde ihm sehr helfen aber er ist zu stolz um es zuzugeben die wiese ist über den fluss beim steinwolkental und den purpurroten wald gut finde wohl der er vorher erde auf mhm uhr bei uhr fühlt man sich wohl glaube ich ja ok ich finde ich mache das schon ja kein problem kein problem dafür ja ausrüstung wie war ist obwohl wie weit bist du getan ja ok jage ein meer mit mir 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 herrsch aus einer wien hörsch oder wie mehrere mehrere hörscher wieder wieder mir das vorstellt der händel ist nase jetzt 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 4 5 5 4 3 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 6 7 7 7 7 7 8 8 9 10 7 6 7 7 9 8 8 9 9 10 9 10 10 9 10 10 Oh, naja. Oh. Eine Runde Schmerzen für alle. Die Sendung! Da bist du ja! Oh. Ein Plan, wenn etwas abzuknallen ist... Oh. Dein Kumpel ist weg. Ja, ja, ist gut, ist gut, ist gut. Haben wir alle verstanden, ne? Aha. Ja, ne? Ja. Was ist das denn? Hallo, ich stecke auf Wett. Ja. Ja. For this. Oh. Na, na? Schnauze. Alter. Alter. Ja, so schnell kriegt der mich jetzt nicht down. Oh, Gott sei Dank kann ich meine Knarren wieder nutzen. Man hat doch alles seit viel mehr Fun. Ah, ich spüren, halt sabotieren. Okay. Wird gemacht. Wo denn? Wo denn? Ja. Ich spüren. Na komm. Scheiß RDR. Ich spüren. 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 Du. Ich habe beobachtet, wie du sie überfallen hast. Ich hatte dasselbe geplant. Es war mir bewusst. Ich wollte sie loswerden. Ich dachte, Aewa hätte mir den Wunsch erfüllt. Aber dann habe ich dich gesehen. Hat dich der jammernde Hast du geschickt. Die Naseweiße war Moog. Beide. Egal. Die Himmelsmenschen sind weg. Früher war das ein friedlicher Ort. Hier habe ich meine Frau getroffen. Wenn ich zornig war, pflückte sie ihr Blumen und sagte, ich dürfe erst wieder meckern, wenn sie verwelkt waren. Dank ihr war ich ein besserer Mann. Sie ist jetzt bei Aewa. Hier. Für dich. Offensichtlich gehst du gern jagen. Ich habe keine Verwendung mehr dafür. Da war die Quest zu verwendet. Ah ja. Okay. Wie, die. Kurzbogen. Habe ich nicht. Noch besser. Nice. Bin hier bei VW17. Habe ich weniger alsia nach wie. Leider nur Mal für mich. Ich bin dann, was wir denken. Wir lassen. Noch besser. nur blöderweise nutze ich keine keine kurzbogen so ok was ist denn hier ich suche oder hat er schon wieder du bist nicht das was ich suche ja 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 du kannst mir gar nicht herkommen das ist ein lichtung station okay okay wo ist die noch was er hat mit aufbieter war ja paar mehr dann vorbei okay na gut passiert okay ja ja aufgeladen nice hey ich hab nachgedacht über das leben und so und was als nächstes passiert und ich habe mich entschieden ich werde es machen kein warten mehr das leben ist viel zu kurz komm zu mir wenn du zurück bist könnte deine Hilfe gebrauchen hm 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 weißt du wo die kräuterkundlerin kaylou ist na okay war schon länger nicht mehr in den höhlen sie verbringt ihre ganze zeit im schnitt doch ich weiß nicht was sie dort so interessant findet genau okay auf einem Waldspaziergang geht es mir besser das freut mich der sanfte riese ah ja nachdem das ist ein interessant nein nein gar nicht ich meine ja habe ich hast du den zaren du geschickt um auf mich aufzupassen ich habe mir nur sorgen gemacht du schienst traurig als wir das letzte mal sprachen verstehe du hast mir bei einer wichtigen sache geholfen und dafür bin ich dir sehr dankbar gut dass uol deine sorgen zu schätzen weiß hat er sich gerade bei mir bedankt das gab es ja noch nie wollt schatten ins kippen verdient geil war einmal haben doch hier jetzt vier haben dann aber erst er muss ich nicht mehr warten genau er hat das ist aber sich gerade interessiert also irgendwie machen wir das sind voll keine ahnung wenn man machen soll das ist noch interessant im restaurant wo jäger naja erstellen tun wir auch nicht die ballern nur rum dafür haben wir alles na gut na gut leute dann würde ich sagen beim nächsten mal machen wir das hier beim nächsten mal machen wir den sanften riesen und dann sehen wir uns wieder wenn es euch gefallen hat könnt ihr gerne abo oder ein like da lassen würde mich wie immer sehr sehr freuen und beim nächsten mal geht es weiter also morgen wieder und dann sehen wir uns wieder ich danke fürs zuschauen ich hoffe euch hat es gefallen wir sehen uns beim nächsten mal wieder euer piraster ciao bis zum nächsten mal tschüssi und dannкие unterwegs schon und zwar